Die sogenannten Stürz- und Stolperunfälle sind tatsächlich, das ist wirklich unglaublich, die Todesursache Nummer zwei bei Unfällen, also nicht bei Krankheiten. Deshalb keine Panik bekommen. Aber das Thema ist nicht nur für Ältere ganz, ganz spannend, sondern für jeden für uns, weil das Thema besseres Gleichgewicht, bessere Bewegung im Raum, sichere Bewegung im Raum sollte jeden interessieren, weil das von unserem zentralen Nervensystem ja absolut übergeordnet ist unseren aufrechten Stand und somit unser Leben zu sichern. Und in dem Film möchte ich dir einen einfachen Weg zeigen, wie du dein Gleichgewicht erstens mal messen kannst. Also wir fangen mit dem kleinen Test an und im zweiten Teil dann auch trainieren kannst. Viel Spaß! Liebe Freunde der Gesundheit, schließ dich uns an, um dein Leben fit und schmerzfrei zu genesen. Mein Name ist Ringo Mosch, ich bin Experte für neurofunktionelles Training und mittlerweile auch immer mehr zu dem Thema Safety, sichere Bewegung, weil das spielt wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil was nutzen uns eventuell stärkere Muskeln, wenn wir uns nicht sicher und qualitativ hochwertig im Raum bewegen können. Und dazu möchte ich euch heute einen einfachen Weg zeigen, wie wir vor allem unser Gleichgewicht perfekt trainieren können. Wir beginnen am Anfang, das Ganze mal ganz leicht zu testen, das ist recht simpel. Ihr stellt euch einfach mal auf ein Bein und wir blenden dazu auch einfach mal eine Tabelle ein, wer denn von euch in welchem Alter eigentlich was schaffen sollte. Also da gibt es sogenannte Normwerte und die sollten ohne Problem möglich sein. Also ihr testet dann das für euch selbst. Ihr steht auf dem linken Bein, ihr steht auf dem rechten Bein, nehmt dann auch wirklich das Ganze mit einer Stoppuhr und dann machen wir das Ganze genauso nochmal mit Augen zu und ihr steht dann auf dem Bein mit Augen zu und versucht die Balance zu halten und macht es auch bitte auf beiden Beinen und vergleicht euch einfach erstmal in der Tabelle und das, wie gesagt, kann ich euch nur ans Herz legen, das Ganze ernst zu nehmen. Es gibt eine groß angelegte Studie, die ist im British Journal of Medicine veröffentlicht worden. Das kam aus Brasilien, wo sie wirklich über, ich glaube, über zehn Jahre lang Menschen genommen haben zwischen dem 55. und 75. Lebensjahr und da ist verglichen worden, wer schafft es, diesen Einbeinstand über zehn Sekunden zu halten und die, die das nicht geschafft haben, hatten eine unglaublich höhere Mortalität, also eine Sterberate von 84 Prozent. Also das ist echt ein Brett, deshalb nehmt es ernst und beginnt euer Gleichgewicht zu trainieren. Gut, und heute möchte ich euch jetzt dann mal was zeigen zum Training, was mal ein bisschen anders ist, um das Gleichgewicht zu trainieren. Ihr geht jetzt, das Standbein ist jetzt das rechte, wir heben das linke mal an und ihr geht nach außen, geht leicht in den Schritt und kommt wieder zurück. Und je nachdem, wie gut ihr euch fühlt, federt ihr rein, pam, eingefroren. Zack, eingefroren. Und wenn ihr diese Bewegung drauf habt, dann schließt die Augen und macht es einfach mit Augen zu und versucht es genau so zu spüren und zu fühlen. Das Gleichgewicht dabei zu antizipieren, ist ganz entscheidend. Und da kann das schon mal sein, dass man ein bisschen schwankt. Die Frage ist, ob man das dann halt auch wieder die Mitte findet. Und das Ganze machen wir seitlich, nach vorn, also auch erstmal wieder mit Augen auf. Wenn ihr die Bewegung habt, dann wieder die Augen schließen. und dann auch noch so nach hinten oder so leicht diagonal nach hinten, dass ihr so eine Beschleunigung bekommt. Und dann auch wieder mit Augen zu. Und das ist auch schon immer ein Zeichen für euch, wie fühlt sich das an? Also traut ihr euch, das mit Augen zu zu machen? Also schaut natürlich, dass ihr genug Platz für die Übung habt, damit ihr nirgendwo drauf tretet. Gut, und wir wechseln die Seite, weil das ist entscheidend, dass ihr in alle Richtungen beschleunigt. Also jetzt links Standbein, rechts Spielbein. Und hier wirklich wieder, pam, einfrieren. Und dann die Augen zu. Und wieder zurückgehen. Diese Proaktivität des Gleichgewichtsorgans, dieses Antizipieren, wo ist der Stopp? Wo ist die Mitte? Das ist gar nicht so einfach. Und dabei jetzt auch noch reden, wird noch schwieriger. Also wer da noch eine größere Herausforderung von euch braucht, der kann dann auch reden oder in dem Augenblick noch eine Rechenaufgabe lösen. Wir machen das jetzt wieder nach vorn. Und es ist auch nicht schlimm, wenn ihr, wie gesagt, mal drüber tretet oder irgendwas. Nehmt es sportlich. Entscheidend ist ja immer, wie fangt ihr euch auch wieder ab? Und dabei geht es ja in dem Thema wirklich Stürzprävention, dass wir im besten Fall gar nicht erst stürzen. und wenn wir stürzen sollten, das ist nie zu 100% zu vermeiden, dass wir dann halt richtig reagieren. Gut. Und die letzte Runde noch mal nach hinten. Also nach hinten gehen. So leicht diagonal. Und dann auch noch mal die Augen zu. Perfekt. Gut. Ich hoffe, mit dem Film konnte ich euch so ein bisschen ja einen neuen Weg zeigen und die Bedeutung des Themas Gleichgewichts aufzeigen. Wer bei diesen Übungen wirklich starke Probleme hat und auch dieser Unterschied riesig ist zwischen Augen und auf und Augen zu, den empfehle ich wirklich bei uns eine neurofunktionelle slash Schmerzanalyse. Das vor allem Freddy. Ja, den kennt ihr aus den anderen Filmen. Absoluter Profi dahingegen. Wir können auch noch unsere Gleichgewichts-Challenge mit verlinken. Da habt ihr noch ein paar andere Übungen drin, um das zu trainieren. Aber das ist relativ komplex, dieses Gleichgewichtsorgan wirklich mal zu screenen. Und das können wir gerne bei uns im Studio tun. Wenn es euch Spaß gemacht hat, teilt den Film bitte an viele Leute. Das wäre ein Herzenswunsch von mir, weil stürzen ist wirklich nicht schön. Und ja, dann freue ich mich bis zum nächsten Mal. Euer Winkel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.